Herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag unserer Reihe vom Schatten zum Licht. Wir behandeln ja den großen Kampf zwischen Gut und Böse und ich freue mich, dass das Gute gewinnen wird. Das hat die Bibel verheißen, das hat Gott verheißen und persönlich freue ich mich deshalb, dass Jesus wiederkommen wird und wir mit ihm als Sieger auf der neuen Erde leben werden. Aber bevor Jesus wiederkommen wird, sagt die Bibel eine Zeit der Trübsal voraus. Wir wollen uns heute mit dieser Zeit näher auseinandersetzen und bevor wir das tun, möchte ich Sie einladen, dass wir zusammen beten. Lieber Vater, danke dir, dass wir heute wieder Zeit uns nehmen können für dein Wort. Wir wollen schauen, was du uns zu sagen hast. Wir wollen heute auch einen besonderen Blick auf diese Zeit richten, die vor deiner Wiederkunft stattfinden wird. Wie du sagst, eine schwierige, eine trübselige Zeit. Hilf uns zu verstehen, was dort passieren wird, damit wir vorbereitet sind, dir zu begegnen. Hab Dank dafür, in deinem Namen. Amen. Diesen Begriff, trübselige Zeit, finden wir in Daniel 12, Vers 1. Und dort wird berichtet, was in der Geschichte dieser Welt noch passieren wird. Da heißt es, zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt. Bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Wir sollten noch einmal kurz zusammenfassen, was in dieser Zeit so alles passiert. Wir haben das ja in den anderen Vorträgen ja schon angeschaut. Wir befinden uns also in dieser Zeit, wo die dreifache Engelsbotschaft aus Offenbarung 14 verkündigt wurde. Sie ist zum Abschluss gekommen. Das Volk Gottes hat die dreifache Engelsbotschaft weltweit verkündigt. Jeder Mensch hat das Evangelium gehört. Gleichzeitig ist es diese Zeit, wo Gott seinen Geist besonders auf die Gläubigen ausgegossen hat. Wir sprechen hier von dem Spätregen. Der Frühregen zu Pfingsten wurde empfangen. Die Apostel dort haben in voller Kraft das Evangelium verkündigt. Kurz vor der Wiederkunft gibt es dann den Spätregen, wo der Heilige Geist zusammen mit den gläubigen Menschen das Werk hier auf dieser Erde durch die Verkündigung abschließen wird. Gleichzeitig wurden alle Prüfungen abgeschlossen. Es ist diese Zeit, wo die Gläubigen geprüft worden sind. Zu welcher Seite stehen sie? Auf der Seite des Tieres, des falschen religiösen Systems oder auf der Seite Gottes? Und somit wird das passieren, was in Offenbarung 7, Vers 2 steht. Gottes Volk wird in dieser Zeit versiegelt mit dem Siegel. Und wir haben schon gesehen, was dieses Siegel ist. Es sind die zehn Gebote ganz besonders der Sabbat, weil dort Gottes Name, Gottes Autorität und Gottes Herrschaftsbereich klar und deutlich formuliert wird. Somit beendet auch Jesus seinen Mittlerdienst im Himmel. Er muss nicht mehr für die Sünden seines Volkes dort eintreten, für sie vor dem Vater stehen, sondern der Mittlerdienst kommt zu einem Abschluss. Und dann passiert etwas, was in der Offenbarung vorangekündigt wird. Jeder Fall wird jetzt entschieden und wurde jetzt entschieden und somit wird Jesus folgende Worte aussprechen, wenn das passiert. Diese Worte stehen in Offenbarung 22, Vers 11. Dort heißt es, dass Jesus sagen wird, wer Böses tut, der tue weiterhin Böses und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Die Bibel lehrt also ganz klar, dass diese Zeit kommen wird, wo die Ernte reif geworden ist. Jeder Mensch hat sich entschieden und weil die Menschen sich entschieden haben, auf welcher Seite sie stehen, ist es jetzt deutlich, zu wem sie gehören. Und Gott macht das klar, indem er diese Aussage sagt, jeder wird den Weg weitergehen, für den er sich entschieden hat. Aber was passiert, wenn jeder Fall entschieden ist, wenn die Menschen sich nun ganz klar positioniert haben? Es ist die Zeit, wo der Geist Gottes sich nun anfängt zurückzuziehen. Er muss nicht mehr an den Herzen der unbußfertigen Menschen wirken. Und weil der Heilige Geist sich zurückzieht, weil er ja nicht mehr die Menschen zur Reue führen kann, sie wollen ja nicht mehr bereuen, hat nun Satan die vollständige Kontrolle über die Gottlosen. Kein Gewissen hält sie mehr zurück. Keine Norm. Und das ist eine Zeit, wo die Welt ins Verderben hineingezogen wird. Nationen werden gegeneinander Krieg führen. Familien werden auseinandergerissen, werden sich gegenseitig bekämpfen. In der Wirtschaft, in der Religion, in der Politik wird es ein Durcheinander geben. Und der Höhepunkt wird sein, dass die gottlosen Menschen, den gläubigen Menschen, die Schuld für dieses Chaos in dieser Welt geben werden. Sie werden sagen, aufgrund eurer Überzeugung, aufgrund dessen, was ihr tut, bringt Gott sozusagen das ganze Verderben hier auf diese Welt. Gleichzeitig werden politische und religiöse Auseinandersetzungen in Bezug auf die Sabbat- und Sonntagsfrage in der ganzen Welt vorhanden sein. Man wird es diskutieren. Was ist jetzt mit dem Sabbat? Was ist jetzt mit dem Sonntag? Alle Menschen werden in diese Diskussion involviert sein. Sie werden sich damit beschäftigen. Es ist also eine Zeit, wo Chaos, wo Krieg, wo Unglück herrscht und die Menschen eine Entscheidung treffen. Die gottlosen Menschen werden sagen, weil es so viel Chaos gibt, weil die Gläubigen, die sich zu den Zehn Geboten halten, dieses Unglück über uns gebracht haben, müssen wir sie loswerden. Es wird ein Todesbefehl gegen alle, die die Zehn Gebote halten, einschließlich des Sabbats. Gegen diese Menschen wird ein Todesbefehl erlassen. Und das wird weltweit gültig sein. Über diese Zeit spricht Jeremiah 30, Vers 5 bis 7, wo es heißt, So spricht der Herr. Hier wird diese Situation beschrieben. Die Situation, wie sie auch Jakob erlebt hat. Eine Zeit der Angst. Eine Zeit der Not. Und das ist typologisch. Ein Bild dafür, was passieren wird in der letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt. In dem Buch vom Schatten zum Licht auf Seite 562 wird das passend zusammengefasst. Jakobs Nacht der Angst, als er im Gebet um die Befreiung aus der Hand Esaus rang, ist ein Sinnbild für die Erfahrung, die das Volk Gottes in der Zeit der Trübsäle leiden muss. Was ist passiert? Wir wissen, dass Jakob, so berichtet die Bibel, seinen Bruder betrogen hat. Er hat sich den Segen sozusagen durch Betrug erlangt. Und weil der Bruder dann daraufhin sehr böse wurde und ihn umbringen wollte, musste er fliehen. Als er dann viele Jahre später zurück in sein Land wollte, ist ihm sein Bruder entgegengekommen, der Esau. Und das war eine Zeit, wo er sehr, sehr durcheinander war, sehr viel Angst hatte. Eine persönliche Zeit der Trübsal, die er durchleben musste. Und er rang mit Gott. Sind ihm seine Sünden vergeben? Kann er Esau begegnen? Wird er ihm freundlich begegnen? Und in dieser Nacht kämpft Jakob gegen ein himmlisches Wesen. Und er kämpft die ganze Nacht und diese Worte, die er dann am Ende sagt, sind entscheidend. Er sagt in 1. Mose 32, Vers 27, Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und das ist die Einstellung, auf die es am Ende ankommen wird. Ja, es wird eine trübselige, eine schwierige Zeit über diese Erde kommen. Für alle gläubigen Menschen. Und Gott zeigt uns voraus, welche Einstellung wir brauchen. Eine demütige Einstellung, wo wir uns ganz auf Gott verlassen und uns ganz an ihn klammern. Nur so kommen wir durch diese letzte Zeit. Und genau das wird auch in dem Buch auf Seite 565 beschrieben. Wie diese letzte Zeit aussehen wird. Während Satan Gottes Kinder wegen ihrer Sünden verklagt, lässt Gott es zu, dass der Böse diese Menschen bis zum Äußersten versucht. Ihr Gottvertrauen, ihr Glaube und ihre Standhaftigkeit werden ernsthaft geprüft. Wenn sie auf ihre Vergangenheit blicken, sinkt ihre Hoffnung. Denn sie können in ihrem Leben wenig Gutes entdecken. Sie sind sich ihrer Schwachheit und Unwürdigkeit völlig bewusst. Deshalb versucht Satan, sie mit dem Gedanken zu quälen, ihre Fälle seien hoffnungslos und der Makel ihrer Verunreinigung könnte niemals abgewaschen werden. So hofft er, ihren Glauben zu zerstören, damit sie seinen Versuchungen nachgeben und sich von Gott abwenden. Wir sehen hier also, um was es wirklich geht in dieser letzten Zeit. Es ist eine Zeit, wo der Teufel die Möglichkeit hat, die gläubigen Menschen dadurch zu quälen und zu versuchen, indem er sie an ihre Vergangenheit erinnert. Das Schlechte, was sie alles getan haben. Und das ist eine Zeit der Not. Sie ringen darum, sind alle meine Sünden vergeben? Habe ich alles bekannt? Und doch ist es auch gleichzeitig eine Zeit, wo nicht nur die innere Not so stark ist, sondern noch gleichzeitig dazu die äußere Not. Denn das Volk Gottes ist ja von Feinden umgeben, die sie töten wollen. Sie formieren sich. Sie kommen, um Gottes Volk zu vernichten. Aber doch, muss man sagen, ist die äußere Verfolgung nicht das Ausschlaggebende. Wir haben gelesen, dass es das Wichtigste, um was es hier gehen wird, ist, wie ist meine innere Einstellung? Die innere Verfolgung sozusagen, die der Teufel durch das schlechte Gewissen herbeiführen wird, indem er sagen wird, Gott hat dir nicht vergeben. Es sind noch zu viele Sünden. Schau dich doch an, du hast keine Chance. Das ist das, was den gläubigen Menschen in dieser letzten Zeit wirklich Sorgen machen wird. Sie werden sich nämlich die Frage stellen, sind alle meine Sünden vergeben? Oder ist noch irgendetwas, was ich nicht vergeben habe, was mich von Gott trennt? Ist da irgendetwas, was nicht vergeben worden ist? Das ist der innere Kampf wegen den vergangenen Sünden. Und es ist gut zu wissen, dass die gleiche Einstellung diese Menschen, diese gläubigen Menschen retten wird, wie die Einstellung, die Jakob an den Tag gelegt hat, indem er gesagt hat, als er mit dem Engel, mit dem Engel des Herrn kämpfte, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Genauso werden die gläubigen Menschen in dieser trübseligen Zeit sich an Gott klammern, denn das ist ihre einzige Hoffnung. Sie haben ihre Sünden bekannt. Sie können nichts mehr tun. Und deshalb klammern sie sich an Gott und verlassen sich auf seine, auf seine Aussagen, auf seine Verheißungen der Vergebung. Wir lesen also auf Seite 566 und dort wird diese Situation weiter beschrieben. Da heißt das, hätte Jakob nicht vorher seine Sünde, die Erlangung des Erstgeburtsrechts durch Betrug bereut, hätte Gott sein Gebet nicht erhört und auch sein Leben nicht gnädig bewahrt. Wenn also Gottes Volk in der trübseligen Zeit noch nicht bekannte Sünden entdecken würde, während es in Angst und Schrecken gepeinigt wird, könnte es überwältigt werden. Die Verzweiflung würde ihren Glauben ersticken und sie hätten kein Vertrauen mehr, Gott um ihre Errettung zu bitten. Während sie sich ihrer Unwürdigkeit wohlbewusst sind, haben sie keine verborgene Schuld zu enthüllen. Ihre Sünden sind bereits durch das Gericht beurteilt und getilgt worden und es existiert keine Erinnerung mehr an sie. Das ist die gute Nachricht. Ihre Sünden sind durch das Gericht beurteilt worden und es sind auch gleichzeitig getilgt worden. Das ist die gute Verheißung, an die wir uns in dieser Zeit dann klammern können. Gottes Treue hat uns versprochen, wenn wir unsere Sünden bereuen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9 Darauf können wir uns verlassen. Aber wie sieht es jetzt nun in der Welt aus? Was wird dort noch alles geschehen in dieser Zeit? Wir müssen uns eins im Klaren sein, dass der Teufel in dieser Zeit jeden überwinden wird, der noch an irgendeiner Sünde festhält oder irgendeiner Sünde entschuldigt. Wenn ich oder Sie vielleicht sagen, das ist nicht so schlimm, ich liebe Gott, aber er wird schon das akzeptieren, dass ich hier seine Gebote übertrete. Das ist in Ordnung. Das heißt, wenn ich in der Sünde lebe, kontinuierlich sündige und gleichzeitig mich auf die Erlösung verlasse, dann findet hier ein Widerspruch statt. Ich kann nicht Gott lieben und gleichzeitig die Sünde. Gott möchte, dass ich mich von der Sünde trenne, aus Liebe zu ihm. Deshalb ist in dieser letzten Zeit ein Glaube notwendig, der er dulden kann. Und Sie fragen sich vielleicht jetzt, ja, was muss er denn erdulden, dieser Glaube? Die Bibel berichtet uns, was notwendig ist in dieser letzten Zeit. Wir müssen Mühsal erdulden, Verzug und Hunger. Mühsal, weil es die schrecklichste Zeit sein wird, die es je gegeben hat. Verzug, weil wir beten, dass Jesus endlich kommt und es sieht so aus, dass er noch nicht kommt und auf sich warten lässt. Und Hunger, weil laut Offenbarung 13 niemand kaufen oder verkaufen kann, der nicht das Mahlzeichen des Tieres hat. Und wir haben ja studiert, was das Mahlzeichen des Tieres ist. Das Mahlzeichen des Tieres sind die falschen zehn Gebote, einschließlich des falschen Ruhetags, des Sonntags. Also es entsteht eine schwierige Zeit und wir müssen uns auch darauf vorbereiten. Deshalb heißt es auf Seite 568 in dem Buch Vom Schatten zum Licht, eine Zeit der Trübsal sieht im Vorfeld oft schlimmer aus, als sie dann in Wirklichkeit ist. Das ist bei jener Krise jedoch nicht der Fall. Die lebhafteste Fantasie kann sich das Ausmaß dieser Prüfung nicht vorstellen. In dieser Zeit der Trübsal steht jeder allein vor Gott. Und ich glaube, wir sollten diese Worte ernst nehmen. Es wird eine Zeit kommen, wie es hier auch beschrieben ist und auch in Daniel 12, Vers 1, eine Zeit der Trübsal, wie sie nie gewesen ist. Und deshalb brauchen wir diesen echten Glauben. Diesen Glauben, der sich so an Gott festklammert und wo wir sagen, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Einen demütigen Glauben. Ja, wir haben schon darüber gesprochen und ich möchte es noch einmal wiederholen. Wie können wir durch diese Zeit kommen? Wenn wir auf Jesus schauen, werden wir feststellen, dass Jesus keine Liebe zur Sünde pflegte. Er hat sich immer von der Sünde entfernt, immer Nein gesagt zu der Sünde. Und wir sollten auch seinem Beispiel folgen. Er hat uns dazu eingeladen, uns ermutigt und er gibt uns auch täglich die Kraft dazu. Wenn wir täglich Gemeinschaft mit ihm haben, durch Gebet, durch das Bibelstudium, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, lernen wir, wie Jesus gelebt hat und wie wir in dieser letzten Zeit leben können. Denn die Bibel ist klar darüber, dass das Leben in der Sünde unser Seelenheil gefährdet. Und das möchte Gott nicht. Gott möchte, dass wir jeden Tag die Heilsgewissheit haben, weil Jesus für uns gestorben ist. Aber auf dieser Welt wird es dann in dieser letzten Zeit große Täuschungen geben, weil der Teufel die Menschen ja so polen möchte, dass sie seinen Zielen und das durchführen, was er sich vorgenommen hat. Deshalb wird er durch Täuschung und Zerstörung arbeiten und deshalb wird in dieser letzten Zeit die Täuschungen und auch die Zerstörungen zunehmen, ihren Höhepunkt erreichen. Übernatürliche Erscheinungen werden zunehmen, Marineerscheinungen, Totenerscheinungen, sogar Menschen oder Dämonen, die sich als Christus ausgeben, werden zunehmen. Und der Höhepunkt wird sein, dass Satan selbst als Christus erscheinen wird. An verschiedenen Orten der Welt wird der Teufel auftreten und in der Gestalt Christi. Er wird Menschen heilen. Er wird die Hände auflegen und sie segnen. Und das die Worte wiederholen, die auch Jesus vor 2000 Jahren gesprochen hat. Gleichzeitig wird er sogar behaupten, dass der Sabbat auf den Sonntag verlegt worden ist. Und diese große Täuschung könnte fast nicht klar entlarvt werden, es sei denn nur durch die Bibel, nur durch das Wort Gottes. Das heißt, diese große Täuschung, diese übernatürlichen Erscheinungen werden so echt aussehen, dass die Menschen durcheinander kommen werden und glauben werden, ja Jesus muss wirklich jetzt gekommen sein, wenn er überall hier erscheint und große außernatürliche Zeichen und Wunder tut. Und gleichzeitig behaupte aber dieser falsche Jesus, dass die zehn Gebote verändert worden sind. Nur durch das Wort Gottes können wir diese letzte große Täuschung entlarven. Denn das steht auch in Matthäus 24, Vers 26 bis 27, wo es heißt, wenn sie also sagen werden, siehe, er, also Jesus, ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, Jesus ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Jesus hat ganz klar gesagt, wie er kommen wird. Er wird nicht hier und mal da erscheinen, sondern wenn er kommen wird, werden alle Menschen ihn sehen. Auch in Offenbarung 1, Vers 7 steht das, ganz klar, dass wenn Jesus kommen wird, dass alle Menschen ihn sehen werden. Es ist gut zu wissen, dass wir uns auf das Wort Gottes verlassen können. Denn es wird dem Teufel nicht gestattet sein, die Art und Weise der Wiederkunft, so wie sie in der Bibel beschrieben ist, nachzumachen. Er wird sich zwar als Jesus ausgeben, aber er wird nicht so kommen, wie Jesus es vorhergesagt hat in der Bibel. Deshalb ermutige ich Sie alle, studieren Sie die Bibel. Schauen Sie, wie Jesus wiederkommen wird, damit sie nicht auf diese letzte große Täuschung hereinfallen werden. Es heißt auf der Seite 571 und dort spricht es jetzt über diese Zeit, wo dieser Todesbefehl dann verkündigt wird. Wenn der Erlass verschiedener Regierungen christlicher Länder gegen die rechtskräftig wird, die Gottes Gebote halten und geltendes Recht ihnen den Schutz entzieht, wird sich das Volk Gottes zusammentun. Seine Getreuen werden Städte und Dörfer verlassen und vor denen fliehen, die ihnen nach dem Leben trachten, um in Öden und einsamen Gegenden zu wohnen. Viele werden in einsamen Gebirgsgegenden Zuflucht finden. Viele aber aus allen Völkern und Ständen werden eine sehr ungerechte und grausame Gefangenschaft erdulden müssen. Gottes geliebtes Volk muss beschwerliche Tage durchmachen, gebunden in Ketten, hinter Schloss und Riegel, gesetzt und zum Tode verurteilt. Es sieht so aus, als würden einige in finsteren, stinkenden Verliesen dem Hungertod überlassen. Kein Mensch hört ihr Klagen. Niemand reicht ihnen die Hand zur Hilfe. Und wenn wir das lesen im 21. Jahrhundert in einer demokratischen Gesellschaft denken wir, das kann doch niemals erfüllt werden. Aber irren Sie sich nicht. Schauen Sie in die Vergangenheit, in die Geschichte und wir werden feststellen, dass das Volk Gottes zu jeder Zeit verfolgt worden ist. Auch heute gibt es Christenverfolgung weltweit. Ja, wir haben das Glück in dieser Zeit hier in diesen westlichen Ländern zu leben, wo wir Freiheit haben. Aber die Bibel macht deutlich, dass auch diese Freiheit den Christen am Ende der Zeit entzogen wird. Und so gesehen in den 2000 Jahren der Geschichte von der ersten Ankunft bis Jesus wiederkommt, wir wissen ja nicht, wann er wiederkommen wird, aber wenn wir jetzt diese 2000 Jahre anschauen, werden wir feststellen, dass Christen ja wirklich zu jeder Zeit verfolgt worden sind und es immer nur kurze Zeiten gab, wo es Freiheit gab. Und so wird es aussehen, als ob Gott sein Volk verlassen hat. Aber wir haben die Verheißung in Jeremiah 49 Vers 14 bis 16. Der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Das werden die Aussagen sein, die die Gläubigen ausrufen werden. Aber Gott antwortet, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Gott ist das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Verheißung. Jesus wird uns auch in dieser Zeit, in dieser letzten trübseligen Zeit nicht verlassen und nicht vergessen. Wir haben gehört, dass in dieser trübseligen Zeit Jesus seinen Mittlerdienst im Himmel beendet hat. den Dienst, den Jesus seit der Himmelfahrt für uns tut, vor dem Vater, wie es im Hebräerbrief auch steht. Jetzt tritt er nicht mehr für die Menschen ein. Jetzt steht der Sünder alleine vor Gott. Keiner, der ihn vor Gott vertritt. Und deshalb kommt der Zorn Gottes über die gottlosen Menschen. Denn der Zorn Gottes ist gerecht. Viele Jahre, viele Jahrzehnte, Jahrtausende haben Menschen, gläubige Menschen verfolgt. Haben böse Menschen, die guten Menschen verfolgt, ihnen Unrecht zugetan. Und jetzt kann Gott nicht mehr hier einfach wegschauen. Jetzt wird Gott eingreifen. Und die letzten sieben Plagen werden diese hasserfüllten Menschen treffen. Und wie wird das aussehen? Werden diese sieben letzten Plagen weltweit sein und alle Menschen vernichten? Auf Seite 573 wird uns das beschrieben, was wir auch in der Offenbarung finden über die letzten sieben Plagen. Dort heißt es hier, hier handelt es sich nicht um weltweite Plagen, sonst würden die Bewohner der Erde völlig ausgerottet werden. Trotzdem werden sie die schrecklichsten Geißeln sein, die sterbliche Menschen je erlebt haben. Alle Gerichte, die vor Beendigung der Gnadenzeit über die Menschen kamen, waren mit Gnade vermischt. Das rettende Blut Christi schützte den Sünder davor, das volle Strafmaß zu erhalten. Doch beim Endgericht wird der Zorn Gottes ungehemmt und ohne Gnade ausgegossen werden. Es ist also in dieser Zeit, wenn die Plagen ausgegossen werden, wo die Gottlosen an Hunger und Seuchen leiden werden. Sie werden das bekommen, was sie anderen Menschen zugefügt haben. Dadurch, dass sie die gläubigen Menschen in Gefängnisse, in Kerker, in Verließe gesteckt haben und sie dem Hungertod und den Seuchen zu übergeben, wird Gott ihnen das Gleiche zufügen. Um zu sehen, wohin die Sünde führt. Man soll nämlich nicht nach dem, was Gott sagt, anderen Menschen Leid zufügen. Und Gott zeigt den bösen Menschen, was sie hier eigentlich tun, indem sie das selbst erleben. und in der Gleichen zeigt, das ist die gute Verheißung. Auch wenn wir laut Offenbarung 13 nicht mehr kaufen oder verkaufen können, wird Gott für die gläubigen Menschen sorgen. Genauso wie Gott durch den Raben Elia versorgt hat, wird Gott die gläubigen Menschen versorgen. Es ist die Zeit, wo diese Menschen, die an Gott glauben, um ihre Befreiung beten werden. Herr, komm bitte bald. Wir wissen, dass diese trübselige Zeit zu einem Ende kommt. Komm bitte her. Auf Seite 575 lesen wir folgendes. Die himmlischen Wächter führen ihren Dienst getreu ihrem Auftrag weiter aus. Obwohl ein generelles Datum für den Vollzug des Todesurteils an den Gläubigen, welche die Gebote halten, festgesetzt ist, wollen ihre Feinde in einigen Fällen diese Malas früher als geplant ausführen. Sie werden versuchen, die Gläubigen zu töten, aber niemand kommt an den mächtigen Wächtern vorbei, die jeden treuen Gläubigen beschützen. Einige werden auf ihrer Flucht aus Städten und Dörfern angegriffen, aber die Schwerter, die gegen sie erhoben werden, zerbrechen und werden kraftlos wie Stroh. Andere werden durch Engel in der Gestalt von Soldaten beschützt. Ist das nicht gut zu wissen, dass in der letzten Zeit, auch wenn der Todesbefehl über die gläubigen Menschen ergeht, Gott für sein Volk sorgen wird, indem er seine Engel schicken wird, um uns zu beschützen. Wieso macht Gott das? Wieso möchte er trotz des Todesbefehls die gläubigen Menschen bewahren? Denn dadurch könnte man doch sagen, könnten sie ein Zeugnis sein, könnten sie doch als Märtyrer sterben und dadurch gleichzeitig ein Zeugnis für die Ungläubigen sein, so wie es in der christlichen Geschichte ja schon immer war, wo Christen für ihren Glauben gestorben sind. Wir müssen verstehen, dass die Gnadenzeit abgelaufen ist. Jesus ist nicht mehr im himmlischen Heiligtum, vertritt nicht mehr die Menschen, er kann sie nicht mehr zur Reue führen, weil der Heilige Geist sich auch zurückgezogen hat und jeder Märtyrer würde umsonst sein Leben lassen, weil keiner sich mehr bekehrt. Es ist eine Zeit, wo jeder Mensch schon entschieden hat, auf welcher Seite er ist. Es gibt also keine Möglichkeit der Bekehrung. Das ist diese Zeit, diese letzte Zeit der Trübsal kurz vor der Wiederkunft. Es ist eine Zeit, wie die Bibel sagt, eine schreckliche Zeit, wie sie noch nie gewesen ist. Und gleichzeitig möchte Gott uns aufrufen. Es wird also eine Zeit mehr geben, wo man sich nicht mehr zu Gott wenden kann. Deshalb sagt er uns, heute ist die Zeit, sich zu dem Herrn zu wenden. Heute ist die Zeit, zu Gott zu kommen. Und mit ihm zu leben. Und dazu sollte dieser Abend sie einladen. Sie vorbereiten auf das, was kommen wird. Und gleichzeitig diese Einladung aussprechen. Heute, wenn wir seine Stimme hören, so lasst uns unser Herz nicht verstocken, sondern ihm nachfolgen. Das wünsche ich Ihnen und das wünsche ich mir. Amen. Ich möchte Sie noch einladen, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen. Danke für dein Wort, das klar ist, das uns zeigt, in welcher Zeit wir leben und was noch vor uns ist. Wir wissen, dass es eine schwierige Zeit sein wird, dass wir einen Glauben bedürfen, der einiges ertragen kann. Und so bitten wir dich heute, dass wir solche Menschen werden, die durch die Nachfolger und durch das Beispiel von Jesus solche Menschen werden. Hilf, dass wir wirklich so leben, wie du es möchtest, dass wir täglich Gemeinschaft mit dir, durch dein Wort und durch das Gebet haben. Segne uns, wenn wir uns auf deine Wiederkunft vorbereiten und lass uns heute die Entscheidung für dich treffen. Hab Dank dafür, in deinem Namen, Amen.